Manche Dokumente, die uns eingereicht werden, müssen wir unseren Bankpartnern einfach verheimlichen. Ich bin Collier Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Bei der Prüfung von Immobiliendarlehensunterlagen tauchen teilweise echte Skurrilitäten auf. Ich habe uns mal zwei Innenfotos mitgebracht, die wir unseren Bankpartnern verheimlicht haben, aber Ihnen heute im Video exklusiv zeigen. Sie können ja mal in die Kommentare schreiben, warum wir die wohl nicht weitergegeben haben. Hier sehen wir ein Kinderzimmer eines angehenden Waffenfreunds. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Da ist es nicht auf den ersten Blick zu erkennen, aber hier in diesem Schlafzimmer wird nicht nur die Wäsche gebügelt. Gucken wir mal hier.